Auf der Recycling Aktiv Tiefbau Live zeigt JCB den 409. Dank Knicklenkung kann der Radlader selbst auf engstem Raum im Ladespiel arbeiten. Ein hydrostatischer Antrieb sorgt für größtmöglichen Fahrerkomfort. Wir haben hier einen Kohler-Dieselmotor verbaut, einen Vierzylinder mit einer Leistung von 75 PS. Das Highlight daran ist, dass wir die Tier 4-Norm erreichen ohne Zusatz von AdBlue und ohne Einsatz von einem Dieselpartikelfilter. Die Achsen haben ein Selbstwertdifferenzial mit einem Sperrwert von 40%. Alternativ bieten wir eine zuschaltbare Differenzialsperre mit einem Sperrwert von 100% an. Wir haben hier eine Zusatzhydraulik mit einer Leistung von 90 Liter. Alternativ bieten wir eine Highflow-Version an mit 120 Liter pro Minute. Wir können die Maschine noch mit einer Rockinger Anhängerkupplung ausstatten. Für den Hängerbetrieb, die Anhängerlast beträgt 3,5 Tonnen. Bauforum24 TV Construction in Motion